Happy Birthday Ratsha Sanja Happy Birthday Anmol Happy Birthday Balam Shaiq Balam Happy Birthday Kahal Uta Vauja Happy Birthday King Ahmad Saeed Und Ich spiele heute bei VFMX Squad Clash Squad Viel Spaß Die erste Runde für heute Los Oh Ich bin da viel Halbier Ach ja Ach am Schiff Ja gerne Ich bin da Ich bin da 'tle Ja Ich bin da Ich bin da Ja Ich bin da Untertitelung. BR 2018 Okay. Was? Gute Arbeit? Ja, ich nicht. Und gehen wir hier. Gute Arbeit! Eine Jazmine! Komm! Was? Ja, ich bin. Wir sind. Okay. ich weiß ok dann habe ich keine Clube Und mal auf diese Seite. Okay. Okay. hmm Ich bin hier. Ich bin hier. Sieh mal. So gut aus. Au. Er hat mein Gewehr. Au. Er hat mich. 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 Wolle. x2 Oh, chill. War schon? War der beste Spieler? Ich hab doch geschlafen gerade. Hm, okay. Entschauen wir mal. Wer hat mir schade gemacht? Kleiner. War der beste Spieler. Na gut. Dann bis gleich. Viel Spaß. Und die Runde 2 geht los. Ich bin immer noch nicht ganz nah. Och ne. Kommt diese Runde gleich an Anfang. Kommt einer lang. Kommt einer lang. Kommt einer lang. Kommt deinem Wunsch. Kommt ihr weg. Kommt ihr weg? Kommt ihr weg? Wie geht es? Kommt ihr weg? Kommt ihr weg? Auf und den Weg? Okay. Nix! Jawohl! Nice, nice, nice! Oh, my MP5! Ah, I'm going to... Ah! I want it, thanks, please! Oh, my God! Oh, my God! First blood! Ah! Double kill! Both you, Phil! Nice! Nice! Ah... Oh, scheiße! Keine Rüstung, nada! Gar nichts! Schon wieder auf dieser Seite! Oh! Go, go, go! Help me out! Head down! Ah! First blood! Head there! Double kill! Dad! ер! Double kill! Triple kill! Ich hab auch 3 Kills, ich hab auch 4 Kills, naja Kills, ne, ihr wisst was ich mein. Binzfrei. Wird er noch die Spritze kaufen? Ach Menno. Langsam. Erstes Blut. Ich hab die Spritze. Ach Mensch. Gebt's da net, gebt's da net Gut Die Ah, gebt's da rein Ok, ok, was nehmen wir jetzt Hier ist nämlich die Bots Auch immer Den aufheben Ok Musik 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 Das war's. Oh, Messer. Ach, das ist schon toll. Ach, das war's. Ach, das war's. Perfekt. Gut. Dann werde ich was sagen. Ich verteile meine Likes und sage es zur dritten Runde. Weil die Runde waren ja mal wieder ganz schnell. Schon wieder der Beste. Oder zeigt er nur noch mich an, wie ich gespielt habe. Bei drei. War wirklich der Beste. Na gut. Wir werden zur dritten Runde schauen, ob ich wieder der Beste bin. Viel Spaß. Oh, schuldigung. Runde Nummer 3. Ich bin heute so müde. Wieso? Die ganze Zeit nie auf der Seite angefangen und jetzt gleich zwei Mal hintereinander. Wurde doch schon mal auf der Seite gespielt. Aber meistens auf der anderen Seite. Aber so. Wird auch egal. Wurde. Wurde. Hier. Wurde. Wurde. Wir verlieren. Wir verlieren. Wir verlieren. Wirlord. Wir verlieren. Wir traversieren. Wir können Dierzo. Ah! Double kill! Thanks! Ah, super! Wäre es gut? Ja, dann... ...den hier... ...und, äh... ...ich renne... ...denkst du? Oh! Entschuldigung... ...müde und krank... ...hat auf mich geschossen... ...mein eigener Mitspieler... ...wenn er teiler fällt, oder? Ah, ich kann ja nur nicht mal die Treppe hochlaufen... ...müde und krank... ...helfd mir! Ja! Oh, schön! Nice! Danke! Jetzt würde ich sagen... ...ähm... ... 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 Das war's für heute. Oh, 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 oh. Oh, nice, nice, nice Oh, was passiert jetzt? Mh Mh Kommen wir den mal auf Ja genau, den kann ich holen Oh, hätte ich mal aufrüsten Schade Oh, die ist auch hier 1st blood Das war's für heute. ...double kill! ...double kill! ...double kill! okay ist er halt am shut-in-down gegangen okay schau mal was kann ich jetzt gebrauchen einmal aufhören nehme ich jetzt die hier meine oma hat man die bessere sicht das war der gefährlichste einer lebt noch jaja so sieht's aus ich war nicht der beste was ist passiert oder zweifel ganz bisschen besser von schaden her aber und er hat mehr kids ganz bisschen schlechter das war die runde nummer drei und ich würde sagen Dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen bis dann viel spaß Versehen Ciao Ciao bis dann 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017